Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Crusader Kings 3. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Unser Farmer Dabo, der Shinner von Kong, 42 Jahre, ist er mittlerweile alt. Ja, und er hat allen Grund, sich zu freuen, denn die Geschäfte hier im Lande laufen außerordentlich gut. Hier haben wir uns das letzte Mal einen Krieg angesehen. Hier kämpfen. Denn, das sind doch wir selbst, was, nein, halt, falsch. Wir wollten hier unten gucken, denn hier haben wir die Markierung. Da würde mich interessieren, was hier eigentlich das Problem ist. Ein Krieg. Von Farina. Diese hier, eine von uns im Übrigen. Unsere Tante, die sich hier eine Vassallin einverleiben möchte. Das soll uns nur recht sein. Dem werden wir uns nicht im Wege stellen. Mehr Macht für die Familie. Das ist selbstverständlich unser Motto. Wir haben hier Gefangene gemacht. Sehr gut. Ziehen weiter nach hier oben. Mit euch. Nach da drüben. Und ihr folgt der feindlichen Armee. Und das geht jetzt in die Schlacht. Ich meine, dass das unser Kriegsgegner ist, den wir jetzt hier übel zugerichten. Nein, das ist ein anderer leider. Schade. Dann schicke ich euch mal hier mit dazu. Da ist ohnehin nicht mehr viel einzunehmen. Das hier ist aus irgendeinem Grund gesperrt. Aber der Kriegsstand müsste jetzt ohnehin in unserem Sinne ticken. Und irgendwie kriegt er seine Verbündeten hier nicht heran. Jedenfalls scheinen die sich nicht hier in den Krieg irgendwie aktiv einmischen zu wollen. Die fassen wir wieder zusammen. Und dann lassen wir die Zeit etwas schneller laufen. Eine geheime Wahrheit ist ans Tageslicht gekommen. Mein Vassal Guy soll eine Affäre mit seiner Affäre zugehabt haben. Okay. Ich weiß nicht, was dieses aufheben soll. Lust ist schließlich keine wieder natürliche Krankheit. Ja, da erhalten wir schon so ein bisschen Hinweis darauf, wie wir darüber selbst denken. Wir werden allerdings nicht die Hingabestufe riskieren. Allerdings werden wir ihm hier, glaube ich, nach einem kurzen Aufenthalt in unserem schönen Kerker die Freiheit gewähren. Ja, das wäre natürlich auf der anderen Seite wieder mal eine Option, um unsere Macht auszubauen. Wir könnten ihm den Titel aberkennen. Und da er Verbrecher ist, würde das funktionieren. Ich glaube, das würden wir sogar machen. Denn das fällt uns als hinterlistigen Intrigenspinner natürlich sofort gut in die Hände. Das würde er jetzt quasi behalten. Ja, und ich denke, damit ist er dann allerdings auch gestraft genug, wenn er uns jetzt noch eine schöne Summe bezahlt. Und dann darf er von uns aus, glaube ich, wieder den Kerker verlassen. So, wir werden in den Krieg gerufen. Von hier unten, gegen, da drüben. Na, kommt, da können wir uns natürlich einmischen. So, hier lasse ich noch die Belagerung laufen. Und dann würde ich eines der Heere abziehen und hier unten mithelfen. Und das schafft er doch auch so. Gegen zweieinhalbtausend Mann. Ist das doch keine große Kunst. Das ist ein Sieg. So, ich prüfe mal, was es hier oben Neues gibt. Oh, halt, das war zu schnell. Verbündeter tritt dem Krieg bei. Bla, 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 bla. Lösegeld akzeptiert. Ja, wir haben mal wieder unseren Sohn. Das machen wir natürlich selbst. Das ist ja unsere Ehre. Und ja, wir können hier Was ist denn Farin Daffi jetzt unser eigener? Das müssen wir gleich mal kontrollieren. Das machen wir allerdings erst, nachdem der Krieg zu Ende ist. So, hier werden nochmal ein paar Truppen ausgehoben. Herausforderer. Ihr seid schwach, Farmer Dabo. Es ist an der Zeit, dass ihr abdankt. Mein Vassal Farin Dari tritt vor dem versammelten Stamm an mich heran, auf das alle seine Herausforderungen hören. Von heute an werde ich über das Königreich von Kong herrschen. Was bist du denn für einer? Sag mal. Könnt ihr eure letzten Worte auch mit Stahl verteidigen, Junge? So, das ist jetzt interessant. Er ist ein 17er Kämpfer. Wir sind ein 15er Kämpfer. Ich könnte theoretisch noch einen Leibwächter einstellen. Das passt, glaube ich, auch ganz gut zu uns. Das würde ich, glaube ich, grundsätzlich vorsehen. Ich weiß allerdings nicht, ob das so fortgeht. Aber wir verteidigen uns natürlich. Der ganze Stamm hat sich versammelt, um dem Duell beizuwohnen, das ich und mein Vassal Dari austragen wollen. Doch kaum ist er aufgetaucht, geht es auch schon los mit den Ausreden. Das war alles ein Fehler. Ich würde es nie wagen, euch herauszufordern. Verzeihd mir. Ihr Feigling sagen wir zu ihm und wir gewinnen Prestige. Er verliert Prestige und er kommt sofort auf unsere Abschlussliste. Ihr Feigling sagen wir zu ihm. Dari, was können wir denn gegen ihn tun? Wir können Titel aberkennen, könnten theoretisch Druckmittel einsetzen, allerdings ist er nicht als Verbrecher bekannt. Das ist ein bisschen das Problem. So, und hier Experimente. Ich bedanke mich aufrichtig bei Bombo, während er mich wütend durch einen alchemistischen Nebel anstarrt. Es war gar nicht einfach, jemanden zu finden, der freiwillig meine Sammlung an Substanzen an sich erproben lässt. für ihn war es ein Nachmittag voller Schmerzen, brennender Empfinden und ja, auch gelegentlicher Bewusstlosigkeit. Wir sind natürlich noch längst nicht fertig mit ihm. So, hier hat sich eine Fraktion aufgelöst. Bevor ich es jetzt vergesse, diese Dame hier habe ich die schon ange... Das ist hier Häuptling Vita. Erinnert euch, Kinder festgenommen. So, da geht gleich die Belagerung zu Ende. Sehr gut. Dann ziehen wir mal nach hier. Setzen diesem Treiben ebenso ein Ende. Und ich nehme mal an, ja, wir kämpfen jetzt sogar noch zu Ende und erzwingen die Forderung. So sei es. Ja, und jetzt ist die Frage, was machen wir mit unseren Heeren? Er ist hier direkt mit dabei, das heißt, hier könnten wir theoretisch belagern. Ja, warum eigentlich nicht? Da drüben wäre noch eine Hauptstadt. Ich würde mich allerdings erstmal hier oben konzentrieren und zum Beispiel hier einen Durchgang schaffen. Wir sollten uns allerdings, glaube ich, ob des Ergers in unserem Kerker etwas austoben. Mariam von Niedrig die kennen wir doch von irgendwo her oder täuscht mich das? Jungarzt kaufmännisches Genie. Wer würde die denn auslösen? Er hier? Das ist wohl seine Mutter oder wie? Nee, die wollen wir glaube ich lieber als Kämpferin haben. Ja, sie ist mit 9 auch ne durchschnittlich 9 brauchen wir nicht so dringend. So, bei ihm 50 er muss allerdings erst was bedenken offenbar. Die ist auf jeden Fall in unseren Kriegsdienst gekommen. So, jetzt kann ich das glaube ich tun. Lösegeld fordern. So, ja, auch sie wird hier in unseren Kreis aufgenommen. Bekehrung verlangen. hat ja eine Elferkämpferin. Nehmen wir auch auf. Tja, hier ein 8-jähriger Junge. Was machen wir denn mit dem? Mit 10 Gold könnten wir ihn freilassen. Tja, und was machen wir mit ihm hier? den schicken wir bekehrt zurück. Sehr gut. hier oben geht's weiter. Wir sind über der Domänenschwelle, ja, das ist jetzt tatsächlich problematisch. Könnten wir dann unserem Haupterben mal wieder etwas abgeben? Diese versprengten Dinger hier oben. Wäre das angemessen, kann ich dann da ein Herzogtum schaffen? Können das aus? Ah, weil er im Krieg kämpft? Gut, das kann ich aktuell nicht übernehmen. Aber das passt, glaube ich, dann auch ganz gut zu unserem Haupterben. dann bekommt er direkt die beiden neuen Titel und dann machen wir ihm, sobald die Gelegenheit besteht, zum ähm, zum Grafen da oben. So, hier gibt's allerdings eine keine Geheimnisse. Ne. Oder haben wir da jetzt schon eines? Na kommt, wir lassen ihn sich darum kümmern. Erstmal warten allerdings Kuriositäten aus fernen Landen auf uns, als ich den örtlichen Markt besuche, fällt mir eine Händlerin aus einem fernen Land ins Auge. Er kommt näher, kommt näher, bewundert, schätze und noch nie zuvor jemand in diesen Landen erblickt hat, die noch nie zuvor jemand in diesen Landen erblickt hat. Es war alles andere als einfach diese Prachtstücke aus dem Land zu schaffen. Ich musste beim Schlafen stets ein Auge offen halten. Die Händlerin könnte mir mehr zu bieten haben als nur Wunder aus der Ferne. Sie wird mir natürlich alles erzählen, was sie weiß. Wir haben hier starke Druckmittel oder werden die nach vorne gezogen? Sehe ich das hier irgendwie, ob es stark oder schwach ist? Ach, die sind alle total durcheinander Leute. Die sind alle schwach. Schwach, 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 schwach. Es gibt zwei Stück, die stark sind. Aber welche sind das hier? Ah! Das hier ist doch unser lieber Freund und Kupferstecher, der uns angreifen wollte. Und gegen seine Frau haben wir offenbar ein Druckmittel, gegen ihn aber nicht. Wir könnten die Frau einkerkern. Was können wir sonst machen? wir können eigentlich nur sie einkerkern. Das wäre ein Akt der Tyrannei. Hm. Weil wir eigentlich ihn schaden wollen. wir warten mal. Was ist denn hier? Da ist die Baumaßnahme abgeschlossen oder haben wir das neu bekommen? Was scheinen wir neu bekommen zu haben? Dann sollten wir hier vielleicht auch mal investieren. Ich habe nur erst besorgt über den Verlauf des Kriegs in den ich derzeit involviert bin und hat ihre Schatzkammer gegriffen. 75 Gold schenkt sie uns. Sehr gut. Na, schaut mal her. Oh, und Lehrer Ratsposten, was hier passiert? Habe ich hier was verpasst? Oh, das ist natürlich ärgerlich. Er war nämlich hervorragend. Wir gucken mal, ob wir einen adäquaten Ersatz haben. Na, wir könnten unseren Sohn einsetzen, das passt glaube ich ganz gut. Da kann er dann auch entsprechend etwas sich noch weiter entwickeln. Unser Ratskanzler hier könnte man überlegen, es gäbe hier nämlich eine bessere Option mittlerweile. Unser Champion. Ja, das klingt doch gar nicht verkehrt. Setzen wir ihn ein. Alle anderen sind glaube ich nach wie vor ideal belegt, oder? Ja, er ist nicht wesentlich besser. Und hier im Bereich des Ränkespiels gibt es auch kein geeigneter wäre. Allerdings warum haben wir denn da so eine Flachpfeife? Da könnten wir unseren Hofarzt einsetzen. Ja, das passt glaube ich deutlich besser. Sehr gut. Oh, was ist denn hier unten jetzt? wisst ihr was? Wir ziehen ihm hier mal nach. Was sind denn die Truppen hier? Die wollen ausschiffen. Den Namen, da werden wir uns nicht einmischen. bleiben erstmal hier stehen, führen die zusammen und gehen ihm dann entgegen. Und jetzt versuche ich die nacheinander zu dezimieren. Dann bleiben wir hier in der Hauptstadt stehen und belagern hier erstmal. Vorzüge können wir wählen. Gut gemachte Arbeit. Hof der Schatten. Schatten hat das frei. Und ganz ehrlich, unseren Wie weit ist denn das? Ach, das ist eh ein Ne, halt falsch, Rat. Drei Monate nach, das warten wir mal noch ab. Oh, hätten wir dann hier einen besseren Verteidiger. Das ist ja Angreifer. Flexibler Anführer. Das bleibt bei ausgeglichen. Ne, dann setzen wir ihn ein. So. Oh, und das geht zu unseren Ungunsten aus. Dann ziehen wir hier direkt raus. So, Bekanntschaft ist verstorben. Schon wieder ein Oh, unser Spitzel ist verstorben. Ja, wir könnten hier theoretisch unsere Tochter einsetzen. Wir umgeben uns mit Bekanntschaften. Ja, hier läuft die Flucht. Und es wurde eine Fraktion gegen uns geschaffen. und naja. Geil. Haben wir gegen den was in der Hand? Können wir einen Titel von ihm aberkennen? Ne, das reicht noch nicht. und was ist er hier? Unser Onkel intrigiert auch gegen uns. Könnten wir ihn denn einkerkern? oder den Titel aberkennen? Nein, das wäre auch ein Akt der Tyrannei. Allerdings werden wir an seinem Hof gleich mal den Ratsspitzel unsere Tochter platzieren. Vielleicht können wir etwas über ihn herausfinden, was nicht so ganz in seinem Sinne wäre. Zunächst einmal wartet allerdings brodelnde Wut auf uns. Ja, ihr seid Farmer, aber ihr seid außerdem ein aufgeblasenes Schwein, das seinesgleichen sucht. Was ist unser Ratskanzler? Was ist denn hier los? Den sollten wir vielleicht mal auf Linie bringen. mein treuer Vater, bei meinen Tätigkeiten am Hof konnte ich keine Geheimnisse entdecken. Ja, wir könnten hier noch mal was fingieren. gegen gegen seinen Harz Spitzel. Ach, wir freunden uns hier mal so. Und jetzt wollte ich allerdings hier unten sie einsetzen. Fraktionen, er hier. Und er residiert hier unten. Das heißt, ich schicke sie nach da. Geheimnisse aufspüren, mal sehen, ob wir etwas über ihn herausfinden. So, unser Heer steht hier wieder bereit. Ich schicke die mal nach da oben. Ich lege auch den Sammelpunkt nach dort. Wir heben noch mal alle aus. Schaut euch dieses Heer an. So, und jetzt ist es an der Zeit hier aufzuräumen. Was macht denn eigentlich das Kulturvermächtnis? Ah, in 18 Monaten sind wir da soweit. Wir haben hier immer noch den ... ne, definitiv nicht den besten Mann. Dann aber jetzt. So, er bleibt stehen. 72. Ah, es tickt hier. So, wir bleiben hier stehen und warten bis die Schlacht zu Ende geht und können jetzt das eigentlich rausziehen weil, ah, die kleine Gruppe hier verloren hat. Dann lasst uns gerne Hauptstadt ziehen und dort aufräumen beziehungsweise wir können auch direkt nach da unten gehen. Ich hoffe, dass er wegzieht hier. Warum bleibt erstehen? Das verstehe ich nicht. Wir ziehen ihm jetzt mal hier entgegen. So, ah, sie ist schon fertig. Gegen Faber Alima. Das ist seine Frau. Oh, hier hilft uns kein Druckmittel. So, wir biegen hier ab. Im Wald möchte ich jetzt ungerne gegen ihn kämpfen. So, wir erwischen hier einen kleinen Teil und ziehen natürlich direkt weiter. Er ist schon aggressiver Angreifer, ja. Kann ich die hier im Wald schlagen? Nein. Dann stellen wir uns mal hier hin. Die Frei zieht er mit rein. Was tut er? Er zieht sich zurück. Ah ja, und jetzt setzt er sich in Bewegung. und jetzt werden wir schon wieder in den Krieg gerufen. Wieder er. Hm. Na, wir schneiden ihm hier mal den Weg ab. Hinterher, hinterher. erwiesen, insbesondere bei Kriegsangelegenheiten. Es gibt da einige Punkte, die ich in Shibro gern unternehmen würde mit eurem Segen, versteht sich. Was fähig ist er denn? Ja, er ist sehr fähig, ein brillanter Strateger. Wir werden ihm die freien Zügel gewähren und er versucht sich jetzt hier zu verbünden. Wir ziehen lieber nach da oben. Ist das hier zu heiß? Die Versorgung ist hier auch niedrig. Jetzt versucht er hier zu flüchten. Die Frage ist, kommt er noch weg? Ja, er käme noch weg. Wir erfahren von einem Geheimnis von ihm, dass er ungläubig ist. Seinen Ratsverwalter hier auszuschalten, das wird uns doch eine Freude sein. An ihm wird ein Exempel statuiert. Warum? Er müsste doch als Verbrecher bekannt sein. Scheinbar haben wir hier trotzdem keine Möglichkeit in Einzug herkommen. Nun gut. So, hier kommt es zur Schlacht. Eine Wert... Oh, schaut her. Den einen Krieg haben wir direkt beendet. Ein Unterwerfungskrieg. Da und jetzt möchte er hier runter marschieren. Das heißt, ich werde hier direkt wissen, wie ich ihm den Weg abschneide. Und meine Tochter. Wenn meine Gemahlin Adia und ich über Oma reden, wirkt sie immer ein wenig distanziert. Anfangs dachte ich mir nichts dabei. Doch langsam vermute ich, dass etwas zu verheimlichen ist. Ja, wir haben das schon mal gedacht. Haaa... Nein. Wir werden denselben Fehler nicht nochmal machen. So, die Belagerung ist durch. Warum der Krieg? Ah, jetzt. So, und wir erhalten 350 Prestige. Sehr gut. Eine Schlange bei Rufe. Ich erkenne den besorgten Ausdruck im Gesicht meines Dieners. Er bringt mir schlechte Kunde. Kommt rasch! Mein Sohn! Isuru, von euch wurde beim Verlassen der Gemächer gesehen. In den Höflenkausabi von euch wohnt. Aha. Aha, aha, aha. Was ist denn mit ihm hier passiert? Verwundet. Und mit einem Zwerg. Okay. Und unsere Mutter ist verstorben, Leute. 20 Anspannungen haben wir erhalten. Wie alt wurde sie denn? 64. So, das kann nur eins bedeuten. Ja, das erfahren wir jetzt natürlich. Die Frage ist, werden wir das gegen unseren Sohn irgendwie ausspielen. Wir könnten ihm... Ja, was könnten wir denn tun? Wir könnten ihn begnadigen. Aktuell nicht nötig. Kann ich dann die Vassalenbande neu aushandeln? Wir könnten ihm die kleine religiöse Schnitzerei schicken, die wir ohnehin nicht mehr benutzen. Und das finde ich eigentlich ganz nett aktuell. Vielleicht kann der die eher einsetzen. Perfekt. So, und er möchte jetzt hier rückerobern. Werde ich ihn allerdings abfangen. Und damit setzen wir diesem elenden Spiel ein Ende. Ich hoffe, er zieht auch mal mit rein. Jawohl. Das tut er. Und er kommt gleich noch dazu. Ja, schaut her. Jetzt setzen wir diesem elenden Spiel hier ein Ende. Und mit dem Erwachsenwerden unserer Tochter wollen wir auch die heutige Folge beenden. Ich freue mich, dass ihr bis zum Schluss dran geblieben seid. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder zuschaltet. Und bis dahin sage ich Tschüss, euer von Blankenburg. Ich freue mich.